Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht. Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. Aber das werden wir jetzt ändern. Stell dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum an jedem beliebigen Ort der Welt. Wir haben Recht. Und Google hat Unrecht. Ich singe 1, 2, 3, 4!